MINI Manchmal muss man im Leben auch riskieren, um neue Sachen zu erlernen und zu erfahren. Du lernst und erfährst hier gar nichts. Das ist richtig, aber man kann es ja trotzdem versuchen. Nein MINI, junge Leute wie du verstehen das alles noch nicht. Ja, das war's dann mit dir, das gibt's heute nicht. Wenn du die Runde gewinnst, darfst du Genji gerne weiterspielen, das sehe ich anders. Ich bin Ana, ich brauche Aim, okay? MINI, du hast da ein scheiß Dreieck. Der Teammate muss sich nur in diesen scheiß Dreieck betieren. Ich weiß. Das Dreieck ist halb so groß und... Ich hab trotzdem nicht auf dich gezielt. So, ein Kackbohnschuh, oder wirklich MINI? Man, ich war zu gierig. Ich habe zwar keine Ahnung, wie man diesen Rumor spielt, aber das war's schon, wenn ich keinen denke, ich carry unser Team durch. Also... Ich glaube, ich sollte öfters einfach Zuschauerwünsche annehmen, ne? Wo zum Teufel kommt dir der scheiß Hammer? Ja, warum ist hier einfach so drüber geflogen? Wie random. Reinhard? Ja, aber das ist über das scheiß Haus geflogen. Wir haben einfach so über das ganze Haus geflogen und dann bei unserem Spawning geflogen. Richtig random. Interessant. Der ist lieber unfreundlich. Das... Das... Ich krieg Pac auf den 10. Können wir bitte Anna einfach an? Können wir einfach ihren Sleep nehmen und dann einfach irgendwie... Ihre Waffe einfach so rumdrehen? Dann müssen wir sie einfach selbst wechseln. Das wäre eigentlich schon mal freundlich. Ich hasse es nämlich. Es gibt mir richtig auf den Senkel. So. Boah. Wenn du das richtig times kannst du den Sleep da blocken und sie damit steigen. Echt? Ja. Du kannst ja auch Rödomaker Schüsse in der richtigen Zeit zurückschießen auf sie. Und die Scheiße hat sich dann maybe selber. Das weiß ich. Das hatte ich einmal geschafft. Da war ich ein stolzer Typ. Boah. Ich wollte da durch. Wer hat nämlich überhaupt gehittet? Hallo? Rückblende jetzt. Hallo? Voll ziemlich gehittet hat. Ich war eigentlich schon hinter dem. Also. 08. 3000 Damage nach etwa 6,5 Minuten. Das ist die beste Runde die ich jemals hier hatte auf der Map. Das ist ja gar kein Drop. Das sehe ich jetzt erst. Das ist ja gar kein Drop. Ich schieße die ganze Zeit weiter höher. Das ist nicht so geil. Das hat einfach kein Drop. Das ist einfach kein Drop. Also ich habe ganz gute 700 hier noch. Das war eine knappe Kiste, Kollege. Das hätte fast bösartig mich geendet. Das holt ihr noch. Wenn ich vielleicht wechseln würde. Aber wie versprochen werde ich das natürlich nicht tun. Du hast 5000 Damage. Ja. Das ist richtig. Schade. Also ich würde sagen. Ich habe unser Team schon wahrlich vorangebracht. Ohne mich hätten die das nicht so weit geschoben. Winston. Verpiss dich doch mal, ey. Das sah einfach gar nicht täuscht. Ich dachte, wie er vor der Brücke einfach auf den Boden geknallt ist. Haha. Der hat viermal zu mir hochgesprungen. Ähm. Um mich zu killen. Ich habe nur gesehen, wie er so richtig enttäuschend vor der Brücke runtergeknallt ist. Er ist viermal mit seinem Jump zu mir hochgesprungen, um mich nach Zeit und Zeit zu killen, ey. Hätte ich auch gemacht. Hallo. Noob-Schutz. Der hat mir keinen Noob-Schutz gewertet, der Typ. Das ist unfreundlich. Ja. Auf mich wegzustoßen war meine Ulti. Der hat mich jetzt weggeschubbt. Frech. Weil niemand getatscht habe, ey. Also. Ich würde sagen. Ich sollte noch. Ich sollte mehr mit dem Game Game spielen. Der Wunsch war schon gut. Da habe ich schon gut gemacht. Rasier. Doch, doch. Das war meine beste Damage-Runde jemals. Zwölf, elf. Doch, doch. Da geht es gar nicht gut, Mini. Warum? Das hat man auch in ihrem Gesicht gesehen, ne? Was ist das? Ich glaube, die hat 30 Tage einfach das Traumschiff geschaut. Danach war die auf jeden Fall ein seeloser Zombie. Wir gratulieren und jubilieren.